Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen, naja, Projekt, wohl eher nicht, ähm, halt hier zu Titanfall. Ich hab mir gedacht, ich nehm jetzt mal ne Runde Titanfall, die Beta auf, da ich ein Beta-Key bekommen habe und jetzt einfach mal hier eine Runde aufnehmen will. Ich hab mir gedacht, ja, nimmst du mal hier ne Runde auf, Titanfall, wird bestimmt ganz lustig. Also ich muss dazu sagen, ich hab das Spiel erst zweimal gespielt, also dem, ja, ich hab's erst zweimal gespielt. Das heißt, ich bin jetzt nicht so gut, eigentlich bin ich eher relativ schlecht, ich muss mich da halt noch einspielen und so. Und ja, ich werd dann auch, wenn Titanfall später draußen ist, werd ich's mir auch dann auf jeden Fall kaufen, weil ich find das Spiel einfach richtig geil. Und jetzt spielen wir hier einfach mal eine Runde in dem Multiplayer, was ein bisschen blöd ist, dass man am Anfang noch so lang warten muss. Aber, wir haben ja Zeit. So. Dann nehmen wir Riffelman und Tank. Aber was richtig geil ist, ist, dass hier dieser Startpunkt da, wo man jetzt hier so rausspringt, das find ich geil. Das ist, die Grafik ist auch übel geil. Eigentlich ist alles geil. So, laufen wir einfach mal hier ein bisschen rum. Also ihr werdet's gleich sehen, ich werd hier so richtig abfailen. Oh, da war einer. Okay, zwei haben wir schon mal gekillt. Achtung, hinter dir. Von da kommen, ich will's ja auch nicht so campen oder so. Hier, von da kommt, hier kommt bestimmt gleich wieder einer. Da oben. Nee, noch nicht. Ähm. Der ist so ums Tod. Scheiße. Scheiße. Okay, mit der Steuerung muss ich mich auch noch eingewöhnen mit dem... Ähm. Ja, unser Titan muss nicht laden. Geht's. Geht's. Okay, gleich ist unser Titan bereit. Ich laufe hier außen um, aber nicht, ich laufe hier drinnen durch. Au, hier kommt der Schein. Ah, der Schein. Wow, fuck. Den hab ich nicht gesehen. Okay, unser Titan ist gleich bereit, dann können wir den gleich nehmen. Okay, David, David. Oh, jetzt fallen dir die ersten Titans runter. Oh, scheiße, da gehen wir die Leute nach. Oh. Also ihr merkt schon, ich kann jetzt nicht so viel reden, weil ich mich ja schon ziemlich konzentrieren muss. Was geil ist, dass man auch hier so geil fliegen kann und so, also, wow. Relativ gut, naja. Richtiges Fliegen. Wow. Wow, gerade noch so weggesnackt. Ach, der Scheiße, jetzt wird's ja ein bisschen eng. Aber ich lieb die Spiele einfach. Okay, da werden die dann. Da fuhre ich. Auf den Titan. Wow, ach, der ist für uns. Ich frag mich grad, ob man eigentlich von den... Ich frag mich eigentlich, ob man von den Titans, ähm, tot getrampelt werden kann. Okay, dann nehmen wir jetzt hier den Titan. So, jetzt geht's ab. Okay. Also den, ich muss dazu sagen, den Titan hab ich noch nie genommen, den Tank. Zurufe. Ich darf nicht. Bonner, ich weiß nicht, als ich das live, nicht. Schnell die Punkte hier. Alter, was ich... Was ist da los? Ja, komm schon, wir brauchen noch einen Titan Oh, geh nochmal weg Scheiß Schutze Wow Scheiße Zu spät Zu spät, eh ihr drückt Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, der war tot Da ist er noch Und jetzt kommt hier Ich kenne die Die schweiß, ich kenne die Die schweiß, ich kenne die Das ist so, ich kenne die Die schweiß, ich kenne die Wir sind in der Mitte Wir sind in der Mitte Also hier gibt es richtige Spieler und es gibt noch solche komischen Bots oder sowas in der Art. Und für die, also für die richtigen kriegt man glaube ich 200 Dinger und für die anderen, oder ich weiß gar nicht, wie viel das nochmal war. Ja, so, und dann kenne ich mich da jetzt auch nicht so aus. Ja. Aber, wir werden vielleicht auch nachher noch mit jemand anderem zusammen aufnehmen. Aber ich weiß es nicht, ich glaube Sven oder Burak haben jetzt einen Titan, haben auch einen Titan-Volki. Ist ja tot. Ich glaube nicht, ich habe ihm einen Wolf gekämpft. Ich glaube ich habe ihm einen Gnadenstoß gegeben. Zumindest hat er sich da so auf den Boden rumgewälzt. Mal schauen, dass da hinten keiner kommt und uns überrascht. Ah, ich glaube wir haben gewonnen. Okay, was haben wir hier so? 28 Punkte, okay wir waren jetzt hier nicht so gut. Vier haben wir gestorben, drei Minions gekillt. Nein, das war jetzt zu spät. Also ihr seht, ich bin jetzt nicht so gut, aber ich würde auch nicht sagen, ich bin der Schlechteste. Gut, dann sind wir jetzt schon Level 3. Ich würde sagen, wir nehmen gleich nochmal eine Runde auf, weil was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die, dass die Runden nicht so lang gehen. Oh, Artillerie. Der sieht ja geil aus. Okay, dann warten wir hier kurz, bis die Zeit hier runtergegangen ist und dann kann er weiterspielen. Jetzt bin ich schon Level 3 und die sind schon Level 14. Die sind besser als ich. Hier haben wir einen Riffleman. Anti-Titan. Dabei die Shotgun mag ich nicht, so ich nenne wir den Riffleman. Mit dem bin ich einfach am besten. So, jetzt müsste es gleich aber hier vorbei sein. Komm schon. Titans, nehmen wir dann, glaube ich, hier wieder den Essel drin. Obwohl, wer benutzt, ich glaube, im Problem, die Artillerie mal aus. Hab ich noch nie gespielt. Auf geht's, lag doch jetzt mal endlich. Oh nein, 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 nein. Jetzt mach doch mal. Okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm schon. Ich möchte jetzt endlich Titan vollzocken. Ich liebe das Spiel einfach. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man das auch immer in der Stimme. Naja, aber es geht mir besser als in den letzten Tagen. Da hatte ich richtige Hustenanfälle und dann muss ich übeler arg husten und so. Gut. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch das, wenn ihr das Spiel überhaupt habt, wie euch das gefällt. Wird mich mal interessieren. So, jetzt springen wir wieder gleich hier aus dem Flugzeug. So. Jetzt hier runter. Wow. Okay. Die Map hab ich schon mal gespielt. Ich glaub nicht. Ne, ich glaub, die Map hab ich noch nicht gespielt. Da war er auch schon tot. Ja, aber man kann hier auch an der Wand laufen und so und übelgeile Moves und alles. Aber man kann auch unsichtbar sein und, und, und. Also es gibt hier richtig geile Sachen, die man hier machen kann. Da ist ein unsichtbarer. Ich glaub, der war von den Gegnern. Aber die Map ist, ich weiß nicht. Ich glaub, die Map mag ich nicht, auch wenn ich sie noch nie gespielt hab, aber ist da aber jemand rein. Wer hat denn meine Granate, oder was ist das? So ein... Was? Ach du Scheiß. Jetzt haben sie mich von hinten gesnackt. Okay. Ja, das Spiel ruckelt hier ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich hab 60 FPS. Liegt wahrscheinlich... Liegt es an meinem PC? Nee, nee, kann eigentlich nicht an meinem PC liegen. Äh. Also so einen Titan sollte man, wenn man zu Fuß ist, glaub ich nicht so unbedingt in die Quere kommen. Oh, da ist einer. Oh, sen. Hm. Ich glaub, der ist schon tot. Ich bin da rüber. Scheiße. Was war das? Okay, die Runde ist scheiße. Boah, komm. Ich diese Map nicht mag. Ach, jetzt kann ich eigentlich gleich meinen Titan nehmen. Ach, egal. Ich möchte jetzt nicht wieder von hinten gekillt werden. Na, endlich. Eingekillt. So. Oh, komm. Immer von hinten. So. Oh, komm. Was ist los? Ich glaub, das war nicht so ne gute Idee hier, genau den Spawn reinzurennen. Hab ich den jetzt... Hab ich den grad überrannt? Ich glaub, ich hab den grad überrannt. Scheiße. Einfach mal in die Offensive. Scheiße. Scheiße. Weil die können auch hinten auf den Rücken drauf springen. Und dann irgendwie da hier ins Fahrzeug reingehen oder so, glaub ich. Was und wo? Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Man kann auch hier so geile Moves machen, wie zum Beispiel hier so rechts und links. Und so. Ach du Scheiße. Aber wir können ja auch Raketen schießen. Mist. Okay. Gehen wir rum. Ich glaube, wir gehen hier hinten rum. Aber es läuft wieder ein bisschen flüssiger. Das heißt, es läuft flüssig. Ähm. Ja, wo geht es hier rum? Gehen wir mal da hoch zu den Häusern. Also ich empfehle echt jedem, sich das Spiel zu kaufen, wenn man es dann kaufen kann. Beziehungsweise wenn es draußen ist. Kannst du ja schon vorbestellen. Weil das Spiel einfach richtig awesome ist. Es ist einfach geil. Ist denn hier einer? Ah, da hinten ist... Naja, die Map ist wirklich nicht so meins. einfach mal draufschießen. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Ist ja tot, ja. Wow, Alter, wie hier gerade alles wackelt. Was ist los? Was ist los? Okay. Wo kommt es hier, der Nächste? Wahrscheinlich von da hinten irgendwo. Laufen wir mal hin. Wie ich es vorausgesagt habe. Wow, 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 wow. Einfach mal hier drin verstecken. Ich glaube, es ist sicher. Oh, je. Oh, diesmal waren wir sogar dritter. Oh, und es war eine gute Runde. Wo ich einmal schon gedacht habe, ja, die Map, die ist nicht so geil. Sieben Kills. Kein Titan gekillt. Oh, ich hab' Und mal schauen, welches Level 2020 XP. Ja, Level 4. Gut, dann würde ich sagen, mach' ich hier mal eine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder von Titanfall, der Beta-Version. Ciao, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt ein paar Kommentare. Tschüss.